Bevor es richtig losgeht mit dem Video, kurzer Gruß aus dem Schneideraum. Ich habe jetzt auch eine Dating-Coach-Ausbildung, die geht im Oktober los. Ich packe sie einfach unter dieses Video hier erstmals bei liebesche.de und auf geht's ins Video. Hallo ihr Lieben, hier ist euer Christian Schmeier-Paterpot, Diplom-Ziologe, Beziehungscoach, YouTuber offensichtlich und vieles mehr. Ja, genau, heute haben wir ein besonderes Schmankerl, wir werden mal einen Deep-Dive machen in das Thema, wie sieht die Zukunft der Dating-Apps aus. Wir werden mal gucken, wo stehen wir da eigentlich gerade, dann werden wir mal gucken, was sagt eine sehr interessante Sozialpsychologin dazu, die Johanna Degen. Dann werden wir mal gucken, was Tina selbst dazu sagt, auch sehr entspannt, also bleibt unbedingt dran. Und ja, in unserem Schlussteil werden wir mal gucken, was kann künstliche Intelligenz da noch zu beitragen. Glaube ich auch ein ganz wichtiges Thema, also es wird ein bisschen länger heute, aber bleibt mal dran, glaube ich, super spannend. Ja, wie sieht die Situation aus? Also tatsächlich geht es den Dating-Apps schlechter, aber sollte man gar nicht meinen, man hat ja das Gefühl, das wird immer mehr. Ja, aber wenn wir uns mal so die Aktienkurse angucken, da zum Beispiel von Tinder sehen wir, ja, die hatten ihr High. Übrigens gibt es viele Sachen wie auch Zoom oder Pfizer natürlich auch, also viele Aktien, die ihr High in der Corona-Zeit hatten. Und seitdem geht es steil bergab und tatsächlich, ja, ist das auch nicht nur so ein Gefühl, sondern die Nutzerzahlen nehmen tatsächlich auch ab, sollte man gar nicht meinen. Da habe ich ja auch eine kleine Grafik und das ist, wer die Börse kennt, der weiß ja immer, bei so sozialen Netzwerken, wenn da die Nutzerzahlen stagnieren oder sogar runtergehen, in die Börse guckt ihr mal nach vorne, absolute Katastrophe, dann wissen wir ja, dass auch immer weniger Frauen auf Tinder sind. Man spricht jetzt nur noch vom Viertel, Viertel bis ein Drittel teilweise, aber ich höre jetzt immer mehr öftiger, öftiger, ich höre jetzt immer mehr ein Viertel, nur noch einmal, wie das ausgehen soll mit den ganzen Männern. Wir haben ja auf diesem Kanal noch meinen Büchern hier, Lang lebe die Liebe, gibt es jetzt auch irgendwas als, auf Audible und so auch als Hörbuch. Und in meinem letzten Buch, Feuer und Flamme, habe ich ja ausführlich nochmal begründet, warum Online-Dating, glaube ich, schwierig ist. Ich werde es jetzt nicht wieder herbeten, aber ganz grob, wir suchen halt die falschen Leute aus, wir gucken nach den falschen Kriterien, viele Sachen, die die Natur uns mitgegeben hat, sag ich mal, unsere biologische Dating-App, wie ich das immer nenne, lass nicht auf Online-Dating-Apps nicht replizieren, Female Choice wird nochmal viel mehr verstärkt, also was dazu führt, dass Frauen super viele Matches haben, Männer immer weniger, dann daten viele Frauen ganz wenige Männer, die sich dann nicht committen, viele Männer kriegen gar keinen Match mehr. Also das sind so die Sachen, die ich da schwierig finde. Aber jetzt haben wir nochmal einen interessanten Blick von der Soziologin, oder Sozioppsychologin, besser gesagt, Johanna Degen. Ich verlinke den Artikel auch nochmal, das leider hinter einer Bezahlschrank, wie das ja wahrscheinlicherweise oft so ist, deswegen kann ich auch nur ein paar Sachen draus zitieren, trotzdem super spannend. Also da wird sie gefragt, Frau Degen in ihrer Forschung zur Beziehung spielt die parasoziale Bindung eine große Rolle. Sie selbst können sich ihrem Sog nicht entziehen, sagen sie. Was ist mit Parasozialität gemeint? Also da geht es jetzt darum, parasozial wird ja eigentlich gesagt, wenn du zum Beispiel denkst als Fan, du hast eine Beziehung zu deinem Idol oder Influencer, also denkst du hast eine Beziehung, oder du hast natürlich keine, weil das ist ja alles online. Also wenn man das denkt, das sind immer so parasoziale Beziehungen oder überhaupt, und sie erweitert diesen Begriff jetzt, und das finde ich eigentlich total schlau und sehr gut, auf Dating-Apps, dass sie sagt, weiß ich auch immer wieder, dass die Leute da tagelang, wochenlang, monatelang schreiben. Also das wäre eine parasoziale Beziehung. Also da ist gar keine Beziehung, sondern du hast eine Brieffreundschaft. Und ich sage ja immer, solange man sich nicht physisch sieht, dann zählt es auch nicht. Es zählt einfach nicht, es ist wie nie getroffen. Und da entstehen dann trotzdem das Gefühl von Beziehung und Bindung. Aber das wissen wir ja hier in meinem Liebesche-Programm. Wenn du neu bist, gucken wir auf liebesche.de vorbei. Abonniert auch mit den Newsletter, wenn da mal irgendwas ist mit sozialen Medien. Ich kann euch alle nicht mehr erreichen, also abonniert mal den Newsletter. Oder die neue Liebeschip-App. Richtig geil, ich finde die ist richtig gut geworden. Also du hast das Gefühl, du hast eine Beziehung und das führt ja leicht und gerne zu Liebessucht. Also das heißt, Liebessucht hat ja ganz viel zu tun mit Fantasiebeziehungen. Das heißt, ich lese da irgendwas rein, was gar nicht da ist. Also irgendwas, was Besonderes und dann trifft man sich und stellt fest, das ist alles totaler Fake. Das liegt natürlich auch daran, dass man viel faken kann. Nicht, dass man das immer bewusst will, aber man kann jemanden auch wirklich so sich zurechtschreiben, dass er sich verliebt. Und das hat überhaupt keine Basis. Das habt ihr euch alle schon mal erlebt. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und sie sagt jetzt quasi hier, wir brauchen eigentlich mehr Kompetenz im Handling von diesen parasozialen Beziehungen. Und das finde ich auch. Also ich würde sowieso sagen, selbst wenn, ich kann es ja verstehen für bestimmte Gruppen, dass man vielleicht doch auf Online-Dating zurückgeht. Okay, aber dann sollte man sich sofort treffen. Das ist ja meine Ansage immer, was ich auch in meinen Dating-Kursen vertrete. Also in diesen Dating-Kursen gibt es übrigens immer noch umsonst mein neues Buch mit dazu, wollte ich mal sagen. Also wenn ihr das für begrenzte Zeit, wenn euch dafür interessiert. Und auch in Dating-Kursen gehe ich auch auf Online-Dating ein. Also wenn man es schon nutzt, sollte man es auch richtig nutzen. Und das heißt auf jeden Fall, sich möglichst schnell treffen. Und ja, das finde ich also sehr gut, dass wir da mehr Kompetenz brauchen. So, dann Frage, handelt es sich bei parasozialer Interaktion um Suchtverhalten? Da sagt sie, ganz klar, finde ich auch super. Nein, wir können alle unser Handy aus dem Fenster schmeißen, jetzt und heute und haben keine gefälligen Entzugserscheinungen. Ja, das ist absolut richtig. Wenn überhaupt, dann ist die Handynutzung sucht ähnlich. Das Smartphone ruft uns, wir schauen rein und merken, dass wir wieder nichts gelernt haben. Das ist ja auch sehr richtig lustig. Und parasoziale Beziehungen erweitern dieses Konzept und erklären viel besser, warum wir immer wieder ans Handy gucken. Wir beruhigen uns mit parasozialen Beziehungen, wo wir sonst einen guten Freund umarmt hätten. Oder orientieren uns hinsichtlich des Lifestyles, des Berufs oder der Politik. Absolut richtig. Und was wir, also ich finde auch, dass es immer schwieriger wird, Freundschaften zu pflegen. Und ich habe mich auch auf der libysche Party in München wieder ganz lange auch mit jüngeren Leuten unterhalten, die sagen, ja, das ist krass. Also auch die Jüngeren sagen das und die sagen schon, hey, das ist auch teilweise mit Freunden schon genauso wie im Dating-Bereich. Oh Gott, bloß nicht festlegen und oh nee, keine Ahnung, vielleicht gibt es was Besseres. Dass die schon sagte, sie war meine Gesprächsberaterin, keine Ahnung, war glaube ich in den Zwanzigern, dass sie sagte, hey, ich gehe lieber so auf Sachen wie Spontex oder Meet5 rum und gucke da so, wer geht zu welchen Veranstaltungen und treffe mich da so randommäßig mit Leuten für einen Abend. Weil dann ist es klar, was es ist und ich werde auch nicht enttäuscht von irgendwelchen Leuten, die dann kurzfristig absagen. Also das fand ich auch super spannend. Ich denke, das wird auch ein Trend werden, das hatte ich glaube ich auch früher schon mal gesagt, dass ich glaube, das Thema Freundschaft wird ganz neu definiert werden. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, man kann mit Trends leider nicht diskutieren, die passieren einfach. Aber das ist glaube ich Freundschaft tatsächlich, man wird glaube ich feststellen, dass dieses Konsumieren von Dates, was wir auch immer mehr sehen, also das ist auch immer wieder diese kurzen Sachen, Situation-Tipps-Affären, das vielleicht auch wenig Befriedigung bringt und dann gucken wir vielleicht doch mehr auf Freundschaften. Und das Problem ist natürlich, wenn die dann genauso stattfinden, wie die Dates heutzutage, nämlich unverbindlich. Ja, ich bin mal gespannt, ob das gut oder schlecht wird. Wie gesagt, was ihr denkt, schreibt es gerne in die Kommentare. Genau, aber das fand ich auch einen sehr interessanten Take. So, dann schauen wir mal weiter. Kann Online-Dating dabei helfen, sich Bestätigungen zu holen, wenn wir im realen Leben zu schüchtern sind, um jemanden anzusprechen? Sagt sie wieder, nein. Ich lese da nur stichpunktartig vor, also guckt euch gerne einen Artikel an in der FAZ. Online-Dating erfüllt keine besonders anerkennende Funktion. Wir fühlen uns als eine Person von vielen produktförmig bewertet und austauschbar. Das ist auch speziell Online-Dating wieder. Wenn du, denke ich, an der Kühltheke ganz gezielt angesprochen wirst von jemand, der das auch nicht den ganzen Tag, Stunden lang macht, fühlt man sich schon mehr gemeint. Eine kleine Gruppe von sehr attraktiven Menschen erlebt das vielleicht als weniger schädlich, aber die meisten lernen, auf Dating-Plattformen eher reihenweise Schluss zu machen und wie es ist, wenn mit ihnen Schluss gemacht wird. Eine Übungsplattform fürs Verlassen werden. Das sind wirklich so geile Sätze. Und das kann man da lernen. Trainingskompetenz ist ja auch wichtig, aber du kriegst eben nicht diese ganz persönliche Bestätigung, sondern du wirst konsumiert und du konsumierst natürlich auch und du erlebst, vor allen Dingen, wenn du eben nicht zu den Top 5, 10 Prozent gehörst, erlebst du eben dieses Ausgetauschtwerden ohne Ende oder auch weggeschmissen werden. Das ist, glaube ich, nicht so gut fürs Selbstbewusstsein, außer man performte halt. Beim Kennenlernen in der Bar erfährt man vielleicht Ablehnung, aber mal kommt eine Begründung dazu. Sorry, ich bin vergeben. Beim Schluss machen ohne Feedback in der Online-Welt ist das anders. Wenn man mir nicht sagt, woran es liegt, dann erfülle ich die Lücke mit einem negativen Narrativ um mich selbst. Zu groß, zu pummelig, nicht liebenswert oder was es eben für mich ist. Ja, finde ich richtig gut. So, nächste interessante Frage. Gibt es einen qualitativen Unterschied zwischen online angebahnten Beziehungen und denen, die sich im realen Leben ergeben? Etwa, weil die Anekdoten vom Kennenlernen und der gemeinsame Freundeskreis wegfallen? Tatsächlich nicht. Ja, ist auch wahr. Also, das habe ich jetzt auch gelesen, wenn sich Beziehungen ergeben. Und das ist natürlich die Minderheit von Online-Daten. Das sollte man sich mal wieder klar machen. Aber gleichzeitig nehmen die Beziehungen, die es heute gibt, gerade bei jüngeren Leuten, der Anteil Online-Daten nimmt es zu. Weil, habe ich jetzt auch gesehen, die jungen Leute zu 80 Prozent sind die natürlich im Online-Dating. Und dann nehmen wir statistisch natürlich auch die Zahl erfolgreicher Beziehungen zu, die sie online kennengelernt haben. Also, natürlich kann das funktionieren. Meine These ist immer, es ist Energieverschwendung, weil ich glaube, du kannst mit viel weniger Energie bessere Ergebnisse erreichen im Offline-Dating. Aber, gilt vielleicht nicht für alle. Aber statistisch trotzdem ein interessanter Trend. Es kann auch Vorteile mit sich bringen, wenn man nicht zu viel Historie mit in die Beziehungen nimmt. Ja, das hätte man natürlich auch, wenn man sich in der Bar kennenlernt, hast du auch keine Historie. Und hast diese geile Kennenlern-Story von, boah, der hat mich einfach angesprochen oder ich bin einfach angesprochen worden oder ich spreche einfach an. Meiner Ansicht nach kann das mit Kennenlernen auf einer Dating-App nicht mithalten, weil du hast immer so ein bisschen, das erlebe ich auch viel so, wenn Menschen das erzählen von ihrem Kennenlernen und das ist für sich immer ein bisschen defizitär. Das kann trotzdem total gut sein und lebenslange Beziehungen werden, also um Gottes Willen natürlich. Aber es wird, glaube ich, schwieriger, so richtig coole Kennenlern-Geschichten da zu kriegen. So, verändert sich durch die scheinbar unbegrenzte Verfügbarkeit von Dating-Partnern und das Idealbild von der monogamen Liebe? Das lässt sich kausal nicht sagen, aber wir sehen schon einen diskursiven Trend zur Polyamorie. Sieht sich auch immer stärker. Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Findet ihr das gut? Findet ihr das nicht gut? Gut, also das scheint, vor allen Dingen auf Dating-Apps und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, auch so in Großstädten. Aber ich würde mich immer interessieren, wie erlebt ihr das? Habt ihr das Gefühl auch? Schreibt es wirklich mal in die Kommentare, weil es wirklich wirklich ganz persönlich interessiert. Auch wenn ihr auf dem, vielleicht schreibt ihr dazu, wo ihr wohnt, auf dem Dorf, in der Stadt, Kleinstadt, Großstadt, welche Altersrange. Schreibt es wirklich mal rein. Weil es würde mich wirklich interessieren. Sie ist normativ deutlich weniger verwerflich als früher. In der therapeutischen Praxis wird das auch viel öfter als Lösungsversuch vorgeschlagen. Ja, ist wohl so. Alle sind gleich um die Ecke verfügbar und niedrigschwellig erreichbar. Alle verfügbaren Möglichkeiten. So, haben wir jetzt einen Dating-Burnout? Da sagt sie, ja, irgendwie schon, aber es warten eigentlich alle auf... Deswegen gehen sie nicht offline daten, weil man wartet eigentlich auf die nächste coole App. So, ne? Ja, das glaube ich auch. So. Führt das Online-Dating dazu, dass wir uns im echten Leben nicht mehr vertrauen? Ja, das haben wir uns antrainiert. Das sehe ich auch. Ich meine, ich sehe auch viel diesen woken Diskurs. Oh Gott, eine Frau ansprechen, das geht gar nicht. Es ist total unwoke und völlig uncool. Und oh Gott, das ist... Und die Frauen wollen die Männer aber auch nicht ansprechen, so, ne? Und dann denke ich auch, wir haben uns das antrainiert. Im öffentlichen Raum scheint es uns zu risikoreich und zu peinlich. Ja, und auch ein bisschen verboten, glaube ich, durch diesen... Aber vielleicht ändert sich das ja jetzt alles. Also, gibt es ja Anzeichen für... Wir haben das Gefühl, die Abweisung nicht aushalten zu können. Lieber werden wir reihenweise online abgewiesen. Das war leider schlimmer, richtig? Mein Dating-Coach hat früher gesagt, Männer gezielt lieber in den Krieg, als im echten Leben abgewiesen zu werden von einer Frau. Aber das kann man trainieren, ne? Das ist natürlich... Vielleicht guckt... Ist das noch online? Ja doch, ist glaube ich noch online. Könnt ihr auch mal in meine Selbstbehauptungs-Challenge reingucken, wenn ihr da euch mal ein bisschen mehr trainieren wollt, was so Ablehnung angeht und sich was trauen im echten Leben. Ist das echt ein super Programm. Vielleicht packe ich das hier auch nochmal drunter. Viele Leute, selbst wenn sie vergeben sind, würden sich aber wünschen, im öffentlichen Raum würde mehr gefleutet werden. Ja, aber es wird ja verboten von der... Walken-Polizei, sage ich mal. Aber man muss ja nicht... Man kann es ja trotzdem immer wieder machen, ne? Eine Ablehnung muss ja nicht für die ganze Person gelten. Absolut. Das heißt nur, es passt gerade nicht, ne? Und wie gesagt, jemanden anzusprechen, ist schon so polar und so mutig, dass man da weniger Ablehnung kriegen wird, als man denkt so, ne? Außer die Person ist halt vergeben, ne? Vielleicht passt das gerade nicht, weil das mal verheiratet und man denkt sich trotzdem total schön, dass er mich angesprochen hat, ne? Ja, ist wirklich schade. Stattdessen gehen wir auf Partys, sprechen niemanden an und schauen lieber, ob wir die Gäste online finden können. Sorry, Leute, das ist so kaputt, aber auch so bald. Oh, scheiße, ey. Und ob sie als Single registriert sind, bloß kein Risiko eingehen. Ist das nicht nachvollziehbar? Schon, weil dabei können auch viele Missverständnisse entstehen. Nur weil jemand Single ist, will er nicht unbedingt angesprochen werden. Ja, dafür kann man ja auch die Signale lesen, wenn man sich real trifft, ne? Und ist nicht immer bereit, ein Bettsport zu haben. Wenn jemand sich als Single kennzeichnet und sich damit als verfügbar definiert, dann erwarten wir auch, dass er verfügbar ist. Ich würde mir mehr Ambivalenz wünschen. Ambivalenz, wenn du jemanden kennenlernst, wenn du gar nicht weißt, ist er verfügbar? Ist es überhaupt ein Date? Ist so viel interessanter, als diese Nicht-Ambivalenz auf einer Dating-App. Ja. So, welchen Rat sollte man beherzigen, wenn man trotzdem Online-Partner finden würde? Dann sagt sie natürlich, Männer geben sich zu wenig Mühe. Absolut, bessere Fotos. Man sollte nicht zu viel ausschließen. Ja, würde ich auch mal sagen. Und versuchen einfach Spaß zu haben. Hangout, have fun, hook up, egal wo dich kennenlernst. Möglichst schnell treffen, würde ich vor allen Dingen schreiben, ne? Gut. Da haben wir jetzt ein paar Sachen rausgenommen. Ja, was sagt denn Tinder selbst dazu? Da habe ich jetzt ein Interview gesehen, ob das die CEO war oder eine hohe Managerin, weiß ich nicht genau. Die hat auch immer gesagt, wir denken, dass sich Tinder auch in den Freundschaftsbereich entwickelt, ne? Das fand ich richtig krass, ne? Also Tinder ist ja das Dating-Ding, aber die sagen selber, das ist nicht nachhaltig, ne? Also was ja auch in dem Artikel noch dran stand, habe ich glaube ich jetzt nicht vorgelesen, dass, dafür wird Tinder jetzt ja auch gerade angeklagt in den USA, dass man sagt, die machen so Gamification, das heißt, die machen Sachen, die dazu führen, dass man viel zu lange drauf bleibt, viel zu viel wischt. Und da sagt die Johanna Degen, ja, wir könnten, die machen das ja auch nur, weil wir das abrufen. Und wenn wir die Dating-App langsamer nutzen würden, dann wäre sie auch langsamer. Das glaube ich persönlich nicht, weil ich sehe absoluten Trend, gerade in der Gesellschaft, so kurzfristige Befriedigung, bloß nicht lange warten oder irgendwas aufbauen, sondern zack, zack, zack. Und da glaube ich tatsächlich umgekehrt, dass Tinder es einfach bedient, weil, habe ich ja auch schon an, wie du es gesagt hast, die haben natürlich riesige Datenmengen und können das genau so steuern, dass du möglichst lange auf der App bleibst. Das ist ja deren Ziel, weil dann wirst du vielleicht zahlender Kunde, wenn du zu schnell runterkommst, bist ja kein zahlender Kunde mehr. Und das ist halt in dieser Klage, da habe ich aber auch ein Video drüber gemacht, wird denen vorgeworfen halt, dass sie halt Mechanismen einsetzen, die so eine Art so Pseudosucht, sage ich mal, erzeugen sollen, dass man zu lange drauf bleibt in Gamification und dass es aber nicht sichtbar ist und deswegen irgendwie ethisch oder juristisch problematisch. Also da denke ich auch, das weiß ich nicht, ob das von den Menschen outgeht oder nicht doch auch von einer Dating-App, die das dann halt macht. Also gut, aber sei es drum, scheinbar sehen sie ihre Fälle davon schon, weil es einfach, sagen wir mal ehrlich, es einfach nicht gut funktioniert. Und vor allen Dingen, wenn die Frauen massenweise runtergehen, dann, ja, wäre klar, da können sich die Schwulen noch daten, aber oder was weiß ich, die non-binären oder, aber dann war es das auch so. Und auch diese Illusion für Männer, dass wenn ich jetzt ganz viel zahle, dann kriege ich bessere Dates, das merken die Männer, glaube ich, oh, das ist auch absolut nicht stimmt. Das stimmt ja gar nicht. Also nur, weil du 50 Super-Likes hast, was denkt denn eine Frau, wenn du ein Super-Like vergibst, wo du 5 Euro für bezahlt hast, die Frau denkt, du bist ein super Simp, der wirklich total nidisch ist und total peinlich. Und das ist für Frauen ja an sich schon, tendenziell so oft so ein Upturner, dass ein Mann überhaupt auf einer Dating-App sein muss. Also insofern auch die Bezahlvarianten wird die Masse irgendwann merken, dass es eigentlich gar nichts bringt oder wenig bringt. Und von daher werden sich irgendein Aktionär natürlich irgendwann irgendwas bieten müssen. Die können das ja nicht ewig so weitermachen. Da geht der Kurs ins Bodenlose, kann sich die Firma nicht mehr refinanzieren. Und von daher sehen die den Trend darin, ja, das so zu erweitern und sagen, ja, muss ja kein Date sein, können ja auch Freundschaften suchen. Wobei, also dieses Konzept jetzt auf Freundschaften, wenn die nicht genauso hohl, wie dann vorher die Dates, weiß ich nicht. Aber ich finde es trotzdem schlau, weil die Menschen sind ja immer noch total einsam. Und das zu versuchen, weiter zu kapitalisieren, wobei ich immer noch nicht weiß, ob das überhaupt eigentlich so auch so ethisch eine gute Idee ist, so die Einsamkeit von Menschen so zu kapitalisieren und nicht eher gesellschaftlich zu überlegen, wie können wir die Einsamkeit abbauen durch Offline-Angebote. Aber gut, sie machen nichts Verbotenes. Versuchen, Geld zu verdienen, machen wir irgendwie alle. Und also insofern, solange es jetzt noch so gesehen wird, ist es so, ist ja auch in Ordnung. Aber die sehen tatsächlich, ja, dass sie sich erweitern wollen in die Richtung so. So, jetzt kommen wir mal nochmal zum Thema künstliche Intelligenz, weil wir haben ja jetzt gesehen, das ganze Matching funktioniert scheinbar ja auch nicht gut so auf Dating-Apps. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn das eine künstliche Intelligenz macht? Sonst muss man sich mal überlegen, das ist ja künstlich, also AI, sage ich jetzt mal, künstliche Intelligenz ist ja jetzt nicht, kann man jetzt nicht vergleichen mit uns als Wesen so. Das sind ja semantische, komplexe Sprachmodelle, die also unheimlich gut irgendwie eine Sprache abbilden können. Aber, also AI versteht ja nichts, sondern das berechnet einfach bestimmte Wahrscheinlichkeiten, welches Wort als nächstes jetzt, jetzt das Richtige ist sozusagen, wenn du da mit Texten arbeitest, so, ne. Aber tatsächlich, durch so massive Rechenpower, es hat es ja früher, oder gibt es schon immer in der Statistik so Regressionsmodelle, also wenn du genug Rechenpower hast und genug Modelle, sage ich mal, sollte sozusagen eine AI in der Lage sein, viel bessere Dates zu generieren, wenn man sie richtig trainiert, so, ne. Also das sollte eigentlich so mit so neuronalen Netzen oder so AI-Verfahren, sollte es eigentlich möglich sein, Dating-Apps deutlich zu verbessern. Nur womit, das Problem ist halt jetzt, womit trainierst du die? Weil du musst ja trainieren, so, ne. Das heißt, du musst die trainieren mit den Daten, die du hast. Und diese Daten sind super sensibel, und du musst sie halt füttern mit Erfolgskriterien, so. Also wenn du zum Beispiel ein neuronales Netz fütterst mit Schachspielen, das funktioniert ja schon total gut. Ja, der Erfolg ist dann, du gewinnst das Schachmatch. Aber was ist denn ein Erfolg beim Dating, so, ne. Kann man sicherlich irgendwie definieren, aber da musst du sozusagen diese Daten sauber erheben plus diese ganzen Daten, wie die Personen vorher gedatet haben, wie die ticken. Du musst also unfassbare Mengen hochpersönliche Daten evaluieren, und dann könnte es, ja, es könnte vielleicht funktionieren, absolut, ne. Also das können ja diese Softwareprogramme wirklich gut, so aus einem riesen Datenwust, Strukturen rauslesen. Nur, das sehe ich irgendwie nicht, vor allen Dingen in Europa nicht. Also da wird nicht mal Apple, geht ja mit seiner Apple Intelligence jetzt nach Europa, das wird auch erst mal nicht kommen auf die Handys, weil die diese Datenschutzbestimmungen nicht erfüllen können, so, ne. Gut, mal abgesehen davon, dass die Chat-GPT und alles, die, was es jetzt gibt, natürlich sicherlich auch ohne Zustimmung von vielen auf, sicherlich auch auf YouTube-Videos und auf, auf allen möglichen Content, den es im Internet gibt. Also da wird auch noch irgendwann was kommen, weil es wurde ja trainiert, die Modelle, die es jetzt gibt, wahrscheinlich auch, auch auf Büchern und so, die Leute in ihre Zustimmung gegeben haben. Bin ich mal gespannt, wie das nochmal gehandelt werden wird. Aber gut. Von daher, wenn dieses Datenschutzproblem irgendwie zu lösen ist, ja, dann werden so Sachen wie Parship und was weiß ich, die werden sich warm anziehen müssen, weil ich bin absolut sicher, dass, was so Matching angeht, wird eine AI mit sicherlich irgendwelche Teste, irgendwelche, was weiß ich, gibt es das noch bei Parship, diese kommunischen Figuren, die man sich angucken soll, diesen ganzen Kram, das ist im Längen schlagen, also hundertprozentig. Trotzdem bin ich der Meinung, es geht nichts über die biologische Dating-App so, das ist vielleicht ein spiritueller Gedanke, als wenn ihr so wollt, weil ich, die Natur hat das Jahrzehnte, Jahrhunderte, Tausende, Jahre ausgefallt, wie wir uns attraktiv finden, wie wir uns daten. Klar, die Natur hat natürlich als Erfolgskriterium sich weiter fortpflanzen, das haben wir vielleicht nicht unbedingt mal heute so, kann man auch diskutieren, aber ich bin mal auch der Meinung, dass ja, selber zu dem Partner werden, den du treffen möchtest, dass das und dann sich auch ins Leben schmeißen, dass es immer das Beste sein wird, ist meine Meinung. Aber gut, dann kann man natürlich überlegen, das finde ich jetzt noch einen ganz spannenden Gedanken so, man kann sich natürlich überlegen, na, wenn ich nicht so gut chatten kann, könnte ich ja, könnte ich ja vielleicht eine weiterentwickelte Form von Chat-GPT-Dating, Chat-GPT-Nutzen, um bessere Texte zu schreiben so, ne, und dann vielleicht leichter eine Frau offline zu treffen, das werden wir, das wird bestimmt auch schon ausruhen, das wird garantiert noch viel mehr kommen, ist zwar vielleicht auch nicht erlaubt, sag ich mal, ich glaube, soweit ich weiß, sind es sowieso Anwendungen, die, so eine Art, hatten wir ja, das Begriff hatten wir ja gerade, parasoziale Beziehungen zu irgendeiner AI-Person, das ist alles verboten im App-Store zumindest und so, oder verbietet Chat-GPT auch solche Anwendungen, aber früher oder später wird es vielleicht kommen, so, ne, nur, ähm, ja, da hatte ich tatsächlich, ich glaube, das ist keine gute Idee, also, vielleicht mache ich da noch mal ein Video drüber, weil ich hatte ja mal einmal so eine, äh, so eine Klasse A spirituelle Erfahrung in meinem Leben, sie wirklich alles weggeballert hat und, ähm, da hatte ich so für, für so, weiß ich nicht, zwei, drei Tage, hatte ich irgendwie das Gefühl, so Zugang zu haben zu, zu einer Art von Wissen, so, kein Witz und da kam tatsächlich, äh, in so, äh, einer Vision, ja, so eine Art Vision, kam dieses Thema AI vor, das war sehr interessant, also, wenn euch das interessiert, schreibt es mal rein, dann mache ich vielleicht noch mal extra Video zu, dass es hier nicht untergeht, am Ende, ähm, da gab es auch noch, denken würde auch, vielleicht so Zukunftsvisionen von der Erde, wenn mich das interessiert, hab da keinerlei Belege für, aber für mich hat sich das absolut stimmig und real angefühlt und wie gesagt, aufgrund dieser, völlig krassen spirituellen Erfahrung, die ich da hatte, ähm, hab ich das auch alles super ernst genommen, weil das war, so krass, das war einfach so, fucking krass, wirklich, das, ähm, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich heute dran denke, ähm, ja, hatte jetzt auch noch eine weitere in seiner Hypnose, ähm, aber wenn euch das Thema interessiert, schreibt es gerne mal rein, für diejenigen, die sich hingeguckt haben, dann mache ich da vielleicht nochmal ein extra Video zu, ja, gut, ähm, also schauen wir mal, was kommt, aber scheinbar, ähm, geht der Trend weiter, nee, bloß nicht offline ansprechen, aber ihr könnt es ja anders machen, wenn ihr wollt, und wie gesagt, äh, könnt meine Datingkurse dafür nutzen, euch da, und auch den Selbstbehauptungskurs, der passt wirklich super gut dazu, äh, oder auch meine Bücher, äh, und last but not least, es wird jetzt auch in den nächsten Tagen, äh, die englische Übersetzung rauskommen, von der Liebesco, das heißt, Decoding Love, ähm, würde ich natürlich mal verlinken, ja, würde mich auf jeden Fall schon mal sehr freuen, ich meine, ihr sprecht ausserlich Deutsch, dann, wenn euch das Buch interessiert, habt ihr es wahrscheinlich schon längst gekauft, ist ja nach wie vor mein erfolgreichstes Buch, würde mich aber super freuen, wenn ihr das, ähm, falls ihr Zugang habt zu englischen Communities, wenn ihr es da mal verlinkt, wenn es dann kommt, äh, oder euren englischsprachigen Freunden empfiehlt, das wäre super cool, in diesem Sinne, macht die freien Kurse und wir sehen uns mal wieder, tschau ihr Lieben.